Willkommen zurück zu Darksiders 2 und wir sind immer noch in der Stadt der Toten. Na, was haben wir denn hier? Sieht nach einer großen Nummer aus. Jede Menge wieder zum Nachdenken. Erstmal hier drüben so ein bisschen Kammerjäger spielen. Hm, was haben wir hier oben? Hier können wir ran. Oh Mann, ich ahne Böses. Irgend so ein super schweres Rätsel wieder. Aber keine Sorge, das lösen wir schon. Ich meine, ihr kennt ja mein Talent. Hm. Eine Tür. Türen sind immer eine gute Sache. Besonders, wenn sie offen sind. So, du noch. Und wir bekommen wieder einen Talisman. Ein grüner Strahl. Der macht meistens irgendetwas auf. Und da oben waren noch Kristalle sowie ein weiterer Hebel. Aus dem Weg. Genauso wie du. Ich kann nicht. Immer wenn man randvoll ist mit Heildränken, super voll geheilt ist, dann findet man ohne Ende Heildränke. Ich weiß nicht wieso, aber es ist immer so. Schaut euch das Let's Play an. Es war immer so. Und dann, wenn ich keine habe, dann finde ich auch keiner. Immer wieder die gleiche Nummer. Einmal hier rum, bitte. Nein. Ja. Dann würde ich sagen, einmal hier rüber. So. Und dann sind wir hier oben. Also hier müssen wir unsere Seele teilen. Den lassen wir hier mal stehen. Mit dem gehen wir hier drüben hin. Na. Da hinten ist doch irgendetwas. Seht ihr das? Keine Ahnung. Was sollst du denn sein? Sieht aus wie ein... Ein Horn oder sowas? Merkwürdig. Noch nie gesehen. Aber ich denke mal, da kommen wir noch hin. Denn da hinten ist auch noch eine Truhe. Und da drüben muss irgendwo noch eine Truhe sein. Na. Wir können hier entlang. Und zwar einmal hier rüber. Ah. Okay. Hier hätten wir die eine Truhe. Nein. Ja. Ähm. Sonst sind wir hier wohl fertig. Also. Ähm. Wieder zurück. Können wir hier weg? Ja. Können wir. Ah. Okay. Hier konnten wir nur an die Truhe ran. Ja. Die hatten wir ja. Auf der Seite bleibt auch der Hebel. Also können wir hier weiter. Einmal hier rüber. Dann einmal hier ran. Und jetzt wären wir hier in dem Zentrum wieder. Hm. Aber wie können wir jetzt hier weitermachen? Schauen wir mal. Ach. Moment. Hier oben. Da ist ja ein Haken. Aha. Wir brauchen also eine Bombe. Und die bekommen wir da drüben. Doch wie kommen wir da rüber? Moment. Können wir den drehen? Hm. Jetzt hätten wir hier die Seite. Aber hier die Schlacheln. Die gehen gar nicht runter. Was haben wir hier? Hier brauchen wir einen Key. Na? Was haben wir hier? Drehen wir nochmal. Und zwar einmal hier drüben hin. Okay. Hier funktioniert es. Aber die bleiben oben. Hm. An die kommen wir auch nicht ran. Wir müssen also da drüben hin. Und irgendwie müssen wir hier das Gitter runter bekommen. Aber wie? Wohl mit dem hier. Könnte ich mir vorstellen. Kommen wir hier rüber? Ich denke schon. Ja. Oh ne. Müssen wir kämpfen. Und noch all deine Babys. Na gut. Dann legen wir mal los. Ja. Ich brauche mehr Zahn. Na. Erstmal hier so ein bisschen Energie aufladen. Neue Ghoul. Neue Ghoul. Und. Besiegt. Ha. Natürlich. So einfach geht es natürlich nicht. Wir rufen unsere sabbernden Freunde. Aber jetzt hier mit dem Spot hauen die so dermaßen rein, die Ghoul. Ich brauche mehr Zahn. Und. Nicht genug Zahn. Einer weniger. Ich brauche mehr Zahn. Gleich mal wieder neue Ghoul gerufen. Und wir gehen wieder drauf. Na. Komm. Einmal hier von hinten. Yes. Und was lilanes. Neue Schuhe. Na gut. Aber nun. Wir können ja hier keine Tür aufmachen. Wohin damit? Ach. Da drüben hin. Alles klar. Machen wir gleich mal. Ah. Moment. Da oben hätten wir eine Münze. Ähm. Hier können wir wohl rüber. Na. Ich sehe schon. Gehen wir erstmal hier entlang. Jetzt wären wir hier. Hm. Moment. Erstmal hier drüben ist noch eine weitere Druhe. Die nehmen wir uns. Da bekommen wir unseren Key. Yes. Wie kommen wir an die hier ran? Na. Ich habe schon so eine Ahnung. Und zwar müssen wir einmal rüber. Nehmen hier die Truhe mit. Genau so. Und dann müssen wir wieder rüber. Und ich glaube dann kommen wir hier drüben an die Münze ran. Wegen dem Sprung. Yes. Gut. Dann wären wir wohl mal wieder hier in dem Gebiet fertig. So schnell kann es gehen. Aber was machen wir hier? Hm. Wir können hier noch einmal drehen. Ne. Die bleiben oben. Bestimmt kommen wir irgendwie noch da hin. Jetzt gehen wir erstmal hier drüben hin. Denn da können wir ja weiter. Sogar von unten. Und zwar einmal hier hoch. Saga. Und die Tür ist auf. Und hier waren wir sogar auch schon. Aha. Wieder so eine Seite. Und wieder neue Krabbler. Kohle, Kohle, Kohle. Oh. Jede Menge Särge. Sollen wir die zerstören? Ach, die kann man gar nicht zerstören. Schade. Aber der hier geht und der hier drüben sollte gehen. Moment. Moment. Wo bin ich denn hier schon wieder hingesprungen? Super. Supi. Also, wir müssen nämlich hier entlang. Aber hier waren wir doch auch schon mal. Ich glaube auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht mehr. Aber das Gebiet hier haben wir auf jeden Fall schon erkundet. Ja genau. Hier waren wir doch mal. Hier waren wir doch. Und hier oben gibt es irgendwo irgendetwas. Erstmal hier nach oben. Moment. Müssen wir? Müssen wir hier rüber? Sieh nach, was du finden kannst. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Und dann können wir doch bestimmt irgendwo hier runter oder irgendwo da hoch. Also hier hätten wir eine Truhe. Schon wieder was Blaues. So, hier rüber. Und hier runter. Ah, Moment. Genau. Jetzt sind wir doch wieder hier. Da waren wir schon. Und zwar hatten wir doch hier die erste Seelenteilung, die wir brauchten. Genau. Dann schauen wir mal. Einmal hier die Seelenteilung. Den lassen wir hier. Den anderen lassen wir mal hier. So. Jetzt holen wir den. Und hier müssten wir dann. Moment. Hier müssten wir dann wieder eine Seelenteilung machen. Wenn wir hier drüben. Ah, okay. Hier können wir rüber. Dann gehen wir hier. Moment. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Denn so kommen wir ja nicht rüber. Aha. Aha. Nein. Ja. Und zwar. Einmal hier hin. Dann müssen wir wieder so machen. Und dann müssen wir hier einmal drauf. Neue Teilung. Jetzt der hier schiebt den hier da drüben rein. Jetzt wären wir drin. Ähm... Okay. Moment. Dann müssen wir... Dann müssen wir... Dann müssen wir... Na verdammt. Geht gar nicht so. Ne, andersrum. Also wieder hier rein. Wieder die Nummer. Und jetzt hier rüber. So um geht's. Dann einmal hier drauf. Und komm. Ähm... Ja. Wo bin ich nun? Ah, okay. Ich dachte schon... Wo bin ich denn jetzt? Also jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier rein. Und so kommen wir hier ran. Und jetzt müssen wir die... Ah, verdammt. Oh, nee, oder? Was für ein Timing. Wir müssen das Ding erstmal umdrehen. Wie kommen wir hier oben denn wieder ran? Na, sag bloß. Ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal zurück und... Ah... Tu mir das bitte nicht an. Und obwohl, wir können ja hier runterspringen... Und die einfach mitnehmen. Mal sehen, ob wir treffen von der Seite. Weil wir müssen ja da hinten ran. An den Hebel. Oh, sag bloß. Bitte nicht. Bitte nicht. Denn hier oben ist ein Haken. Auf der anderen Seite ist kein Haken. Das wäre ja richtig blöde gelöst. Oder? Haben wir einen Haken? Ja, wir haben einen Haken. Ah, und ich bin runtergesprungen. Oh nein. Oh nein. Jetzt kann ich wirklich nochmal außenrum. Denn da drüben ist kein Haken. Ah! Idiot! Okay, tut mir leid. Mein Fehler. Lasst eure Wut bitte nicht an mir aus. Ja? Ich bin auch nur ein Mensch und... Ja. Passiert sowas. Also. Boah, nein. Boah, nein. Ich muss nochmal... Kann ich irgendwie laden? Wenn ich mich umbringe oder so? Andererseits. Ähm, wisst ihr was? Ich beende hier den Part. Und wir sehen uns gleich drüben. Danke fürs Einschalten. Haut rein und... Tschüss! Tschüss!